Viele Freunde gewonnen, tolles Team gehabt, gemeinsam mit den Gesellschaftern viel erreicht, aber ich denke, wenn man nach neun Jahren nicht dann gewesen sein werden, ist auch ein Wechsel sowohl für die Person als auch für die Firma eine Riesenschance und ist im Tourismus absolut normal mittlerweile, dass man das nicht bis zur Rente macht, sondern eben auch mal wechselt.